Wer baut dann die Straßen? Dieser Frage begegnet man oft, wenn man Steuern als Raub bezeichnet. In diesem Video erklären wir, warum Privatisierung so einen schlechten Ruf hat, wir erläutern die Argumente für staatlichen Straßenbau und warum diese einer kritischen Betrachtung nicht standhalten und erklären schließlich, wie ein Straßennetz privat und auch ohne lästige Mautschranken produziert werden kann und warum das deutlich besser wäre als der Status quo. Privatisierung hat einen schlechten Ruf. Das liegt unter anderem daran, dass man mit dem Wort Privatisierung zwei unterschiedliche Dinge beschreiben kann. Bei der ersten Bedeutung übergibt der Staat eine seiner Aufgaben an ein privates Unternehmen. Das kann seine Vorteile haben, weil Unternehmen faktisch effektiver als der Staat arbeiten. Um die Probleme damit zu verstehen, sollte man erkennen, dass der Staat lediglich ein Gedankenkonstrukt ist. Dieses Gedankenkonstrukt repräsentiert eine Gruppe von Menschen, die sich mit Fehlanreizen und einem Mangel an Preissignalen konfrontiert sieht. Denn an Geld kommt diese Gruppe mit dem Mittel des Zwangs. So werden Leistungen unabhängig von der tatsächlichen Bereitschaft für diese zu zahlen angeboten. So bekommt man in dieser Gruppe nicht mehr Geld, wenn man den Kunden ein möglichst gutes Produkt anbietet, sondern wenn man Politiker davon überzeugt hat, dass sie einem mehr Geld geben sollen. Und das geht oft dadurch, dass das angebotene Produkt einfach nur schlecht ist und man die Politiker davon überzeugt, dass das an zu wenig finanziellen Mitteln liegt. Diese Probleme verschwinden nicht einfach, wenn man auf Teile dieser Gruppe die Abkürzung AG oder GmbH draufpackt. Und auch nicht, wenn Teile des Umsatzes von tatsächlichen Benutzerentgelt kommen, da die Anreize an das süße Staatsgeld zu kommen nach wie vor bestehen. Personen, die für den Staat arbeiten, sind keine Engel. Sie nutzen die Situation, in der sie sich befinden, um ihre eigene Lage zu verbessern. Für nominal private Unternehmen gilt das genauso. Sie kommen nicht an mehr Geld, indem sie den Kunden ein möglichst gutes Produkt für einen möglichst geringen Preis liefern, sondern indem sie den Staat dazu bringen, ihnen möglichst viel Geld zu geben und dafür möglichst wenig tun zu müssen. Es ist unter Ökonomen allgemein akzeptiert, dass Unternehmen in der Privatwirtschaft Güter besser produzieren als der Staat. Das liegt unter anderem daran, dass man in der Privatwirtschaft in der Regel Geld dafür bekommt, für andere etwas von Wert zu produzieren, womit die Anreize der einzelnen Akteure innerhalb der Marktwirtschaft so gesetzt sind, dass durch ihr Handeln ein gesamtgesellschaftlicher Vorteil entsteht. Doch von dieser Regel, so die Behauptung, gibt es Ausnahmen. Ein häufiges Argument für die Rechtfertigung staatlichen Handelns ist die Problematik der öffentlichen Güter. In der Umgangssprache verwendet man diese Begrifflichkeit oft einfach für Güter, die sich in der Hand des Staates befinden. Doch in der Ökonomie beschreibt man damit eine Gruppe von Gütern, die zwei Merkmale aufweisen. Erstens, Nicht-Rivalität im Konsum. Dies bedeutet, dass mehrere Personen dasselbe Gut nutzen können, ohne dass die Nutzung der anderen beeinträchtigt wird. So können beispielsweise mehrere Fahrzeuge auf derselben Straße fahren. Zweitens, Nicht-Ausschließbarkeit. Dies bedeutet, dass niemand von der Nutzung des Gutes ausgeschlossen werden kann. Bei mautfreien Straßen ist dies gegeben. Jeder kann die Straße befahren. Man betrachtet die Situation, wenn die beiden Merkmale nicht gegeben sind. Zum Beispiel bei Äpfeln. Nehmen wir an, ich brauche 100 Euro, um 100 Äpfel zu produzieren. Dazu habe ich 100 Leute, die allesamt bereit sind, 2 Euro für einen Apfel auszugeben. Ich kann also 100 Euro von meinem Geld investieren, um durch den Verkauf von Äpfeln einen Umsatz von 200 Euro zu machen. Schön. Sagen wir nun, du möchtest im Bereich des Straßenbaus unternehmerisch tätig werden. Deine Straßen sollen ohne Mautstation funktionieren, weil das Fahrerlebnis mit dauerhaften Mautstops deutlich schlechter ist und der Nutzen, den du durch diese Straßen generierst, deutlich geringer wäre. Du errechnest, dass die Kosten für den Bau und die Aufrechterhaltung eines bestimmten Straßenstücks 10.000 Euro beträgt. Du gehst davon aus, dass 100 Leute daraus einen Vorteil bekommen, der in Geldeinheiten betrachtet je 200 Euro beträgt. Betrachten wir mal die möglichen Entscheidungen von dir und den einzelnen potenziellen Kunden. Da der Preis irgendwo zwischen 100 und 200 Euro liegen würde, gehen wir davon aus, die Kunden würden 150 Euro zahlen. Wählt der Unternehmer die Strategie, die Straße zu bauen, dann hat der Kunde die Möglichkeit, 150 Euro zu zahlen und dabei einen Vorteil von 200 Euro zu bekommen. Insgesamt kommt er also bei plus 50 Euro raus. Die zweite Strategie, die der Kunde fahren kann, ist es, das Geld nicht zu zahlen und die Straße trotzdem zu nutzen. Er erhält also einen Vorteil von insgesamt 200 Euro, während der Unternehmer 10.000 Euro verliert. Er wählt also die Strategie, nicht für die Straße zu bezahlen. Baut der Unternehmer die Straße nicht, so kann der Kunde das Geld bezahlen. Eine absurde Vorstellung. Oder er lässt es und behält sein Geld. Für beide wäre es die beste Option, wenn die Straße gebaut wird und der Kunde dafür bezahlt. Aber das tatsächliche Ergebnis wäre, dass die Straße einfach nicht gebaut wird. Wer sich schon mal ein wenig mit der Spieltheorie auseinandergesetzt hat, wird erkennen, dass es sich um ein Gefangenen-Dilemma handelt. Wie soll man dieses Problem ohne Staat, der die Straße mit Steuern finanzieren kann, lösen? Stell dir vor, du wolltest einen für jeden empfangbaren Fernsehsender gründen. Hier gibt es also Menschen, die nicht für den Konsum des Gutes, also des Fernsehprogramms, bezahlen. Auch hier hat man also das beschriebene spieltheoretische Problem. Und die Tatsache, dass jemand in Baden-Württemberg deinen Sender schaut, hindert niemanden in Mecklenburg-Vorpommern daran, dasselbe zu tun. Beide Merkmale für ein öffentliches Gut sind also gegeben. Der Staat muss das also übernehmen. Muss er das wirklich? Kann der private Sektor so einen Fernsehsender wirklich nicht produzieren? Doch! Es gibt genau solche Sender massenweise. RTL, ProSieben und so weiter. Die finanzieren sich mit Werbung. Die Kunden dieser Sender sind also die Werbekunden und das verkaufte Gut ist die Aufmerksamkeit der Zuschauer. Das spieltheoretische Problem öffentlicher Güter kann also gelöst werden, indem man ein anderes Spiel spielt. Aus Wie kann ich mir unbekannte Leute, die ich nicht daran hindere, mein Programm zu sehen, dazu bringen, mir kostendeckend Geld zu geben, wird Wie finde ich Werbekunden für meinen Fernsehsender? Eine sehr viel leichtere Aufgabe. Wie löst man also das entsprechende Problem bei Straßen? Das ist tatsächlich leichter als für Free-TV. Denn man muss gar nicht das Spiel verändern, um es zu lösen, weil sich auch, wie sich zeigen wird, technische Lösungen anbieten. Die Lösung mit Start ändert in diesem Fall das Spiel zu, wenn du mir das Geld für die Straße nicht gibst, dann sperre ich dich in einen Käfig. Das ist eine Lösung, um das Problem zu lösen. Aber es gibt auch Möglichkeiten, das Spiel zu verändern, ohne sich der Frage stellen zu müssen, ob es denn moralisch gerechtfertigt ist, jemanden einzusperren, um Asphalt auf dem Boden zu verteilen. Ein Beispiel für eine solche Lösung ist, dass die Straßen von der Autoindustrie finanziert werden können. Die Autoindustrie hat ein Interesse daran, dass ihre Kunden Straßen nutzen können, da sich ohne Straßen nur Geländewagen verkaufen lassen. Damit würden Autohersteller nach Möglichkeiten suchen, wie man ein entsprechendes Straßennetz finanzieren kann. So könnten sie sich zusammenschließen und ein Straßennetz aufbauen. Mit dem Kauf eines Autos bekäme man die Erlaubnis, auf dem Straßennetz zu fahren. So könnte die Finanzierung von zumindest Teilen der Straßen stattfinden. Das Konzept hat Ähnlichkeiten mit dem Privatfernsehen und Werbung. Die Finanzierung erfolgt statt über die Werbekunden über die Autobauer. Beide erhoffen sich durch diese Finanzierung insgesamt höhere Erlöse. Selbst wenn man davon ausgeht, dass dieses Konzept im Speziellen nicht funktioniert, haben die Autobauer trotzdem einen direkten finanziellen Anreiz, irgendeinen Weg zu finden, Straßen zu finanzieren, wenn das nicht in ausreichender Menge ohne ihr Zutun stattfindet. Auch andere Akteure in der Wirtschaft hätten diese Anreize. Investmentfirmen würden von den wirtschaftlichen Vorteilen von Straßen profitieren und könnten zu ihrer Finanzierung beitragen. Energieproduzenten wollen auch ein Straßennetz, weil so die Nachfrage nach Energie steigt. Hier wurden Beispiele gegeben, wie Straßen auf private Initiative hin, ohne Benutzerentgelt, finanziert werden können. Aber wieso diese Einschränkung? Wir befinden uns im 21. Jahrhundert. Gibt es möglicherweise technische Möglichkeiten, ohne eine Mautschranke an Geld für die Nutzung einer Straße zu kommen? So kann man Unternehmen gründen, die für die Nutzung ihrer Straßen per Abonnement Geld verlangen. Jedes dieser Unternehmen hat ein Interesse daran, den Kunden anderer Unternehmen zu erlauben, auf ihren Straßen zu fahren, damit die eigenen Kunden auch auf den Straßen der anderen Unternehmer fahren können. Wie bei Mobilfunkverträgen könnte man unterschiedliche Abomodelle anbieten, je nachdem, wie weit der Kunde monatlich fahren will. Die zurückgelegte Strecke könnte ähnlich wie bei der Wasser- oder Stromversorgung mit einem Kilometerzeller überprüft werden, auch GPS-gestützte Kontrolle ist vorstellbar. Aber auch ein zeitbasiertes Mautsystem im prepaid-Verfahren, wie in den LKW-Mautsystemen von Belgien, Dänemark, Luxemburg, Holland und Schweden wäre möglich. Dort müssen LKWs vor der Nutzung der Autobahn eine Gebührenbescheinigung für den gewünschten Nutzungszeitraum erwerben. Aber es ist auch möglich, direkt beim Fahren der Strecke zu bezahlen. So kommunizieren viele Autos bereits heute per Internet mit dem Hersteller. Diese Kommunikation kann man auch nutzen, um festzustellen, auf welchen Straßen das Fahrzeug gefahren ist und wie viel das kosten soll. Man betrachtet das deutsche System für die LKW-Maut, Tall Collect. Das System ist satellitengestützt und es spricht nichts dagegen, dieses oder ein ähnliches System auf Privatwägen anzuwenden. Es gibt zahllose technische Möglichkeiten, ein Auto zu markieren, um festzustellen, welches Auto gerade an einer bestimmten Stelle vorbeigefahren ist und dann die Kosten für die gefahrene Strecke in Rechnung zu stellen. Bring einen QR-Code oder ein Nummernschild an. Nutze Kommunikation über Funk, was auch immer. Hat das Auto die entsprechende Markierung nicht, kann man dem Fahrer verbieten, die Straße zu nutzen. So kann man auch jetzt den Führerschein entzogen bekommen, wenn man gegen die Straßenverkehrsordnung verstößt. Ein neu erschlossenes Wohngebiet kann nur dann Grundstücke verkaufen, wenn es über eine ausreichende Infrastruktur verfügt, die auf irgendeine Art und Weise aufrechterhalten wird. Dazu könnte sich das Bauunternehmen verpflichten oder im Vorhinein eine Genossenschaft aufbauen, in die jeder eintreten muss, wenn man ein Grundstück kaufen will. Ähnliches gilt für die Betreiber eines Industrie- oder Gewerbeparks. Die Kosten für den Bau und Erhalt der Straßen, die Großbetriebe, Industrie- und Gewerbeparks mit ihrer Umgebung verbinden, würden also von den Unternehmen und Betreibern getragen werden, um die Voraussetzung ihrer Wirtschaftsaktivität zu erhalten. Wenn der Durchgangsverkehr kein Ausmaß annimmt, das für die Anleger nicht mehr Tragwerk ist, könnte bereits auf diese Weise ein kostenlos nutzbares Netzwerk an Straßen entstehen. Aber auch für die Fälle, in denen der Durchgangsverkehr hohe Kosten verursacht, gibt es Lösungen. So könnten diese Straßen mit permanentem Wegrecht für die Anwohnerbetriebe an andere etablierte Straßenunternehmen verkauft werden. Das Weitere ist zu beachten, dass die meisten Kosten für Straßen durch schwere LKWs entstehen. So könnten Straßenbauunternehmen in einigen Fällen Geld von den Speditionen verlangen und private PKWs einfach passieren lassen, da diese kaum Kosten verursachen. Welche dieser Finanzierungsmodelle sich etablieren, ist nicht vorhersehbar. Es ist aber zu vermuten, dass die beschriebenen und weitere auftreten würden. Neben der Argumentation der öffentlichen Güter werden auch noch andere Argumente für eine staatliche Bereitstellung von Straßen gemacht. Zum Beispiel die Tatsache, dass man ohne Staat keine Enteignungen vornehmen könnte und manche Leute nicht bereit wären, ihr Land für einen Preis, der gering genug ist, zu verkaufen. Ein tolles Argument. Fast so toll wie das analoge Argument, dass man Versklavung nicht beenden sollte, weil dann die Kosten für Baumwollanbau steigen würden. Oder auch das Argument, dass ein Straßenbauer eine Straße vor dein Haus bauen kann und dann den Preis hochschrauben kann. Ein großartiges Geschäftsmodell, welches mit Sicherheit in Massen neue Kunden anziehen würde. Das Problem könnte auch durch vorher vertraglich festgelegte oder indexgebundene Preise gelöst werden. All diese Argumente sind schlimmstenfalls vollkommen absurd oder übersehen bestenfalls die Tatsache, dass wenn so ein Problem auftreten würde, sofort für jeden Beteiligten der Anreiz bestünde, das Problem in irgendeiner Form zu lösen. Kommen wir nun zu einem Vergleich zwischen staatlicher und privater Produktion von Straßen. In der Studie Abschätzung der Kosten der Verkehrsträger im Vergleich von Professor Dr. Christian Böttger kommt er auf das Ergebnis, dass für den Straßenbau von Bund, Ländern und Kommunen insgesamt 37 Milliarden Euro ausgegeben werden. Zusätzlich dazu berechnet er noch 14,7 Milliarden Euro, die für die Verkehrspolizei ausgegeben werden. Darum, dass die Regeln eingehalten werden, müssten sich Straßenbetreiber selbstverständlich selbst kümmern. Dafür würden private Sicherheitsdienste eingesetzt werden. Für aus öffentlichen Mitteln bezahlte Unfallkosten setzt Professor Böttger 17,5 Milliarden Euro an. Auch das Gesundheitssystem gehört selbstverständlich privatisiert, womit die externen Effekte auch internalisiert werden. Nein, nicht wie in den USA, wo pro Kopf mehr Geld aus öffentlichen Mitteln oder Zwangszahlungen in das Gesundheitssystem fliegt, als in jedem anderen OECD-Land. Des Weiteren bespricht Professor Böttger externe Kosten wie Luftverschmutzung. In einer Privatrechtsgesellschaft könnte man verantwortliche Akteure für Schäden dieser Art verklagen. Also die Unternehmen, die für den Erhalt der Straßen verantwortlich sind. Dafür wären Sammelklagen geeignet. Auch das komplette Rechtssystem könnte übrigens privatisiert werden. Das könnten beispielsweise Versicherungen übernehmen, die vermeiden wollen, ihre Kunden für Raub oder ähnliches kompensieren zu müssen. So würde man die Kosten beim Verursacher internalisieren und diese würden dementsprechend diese Kosten verringern, indem sie beispielsweise Abgas-Nachbehandlungssysteme in den Autos, die auf ihren Straßen fahren, verlangen. Auch wäre es möglich, von Autos, die viel Luftverschmutzung verursachen, mehr Geld zu verlangen. Ingenieure würden dann die effektivste Möglichkeit suchen, die Luftverschmutzung der Autos zu verringern. Allein die Mineralölsteuer auf Benzin und Diesel sind zusammengenommen 37 Milliarden Euro. Darauf kommt noch die Kfz-Steuer mit 9 Milliarden Euro, die Lkw-Maut mit 7,4 Milliarden Euro, die Mehrwertsteuern auf Sprit und Autos, die Unternehmenssteuern auf die Autobauer und so weiter. Diese Liste könnte man noch um einiges verlängern. Ob eine Privatrechtsgesellschaft mehr oder weniger Geld für Straßen ausgibt als die unsere, lässt sich im Vorhinein nicht sagen. Möglicherweise gibt der Staat zu viel Geld für Straßen aus, die nur wenig Nutzen bringen. Was man aber sagen kann, ist, dass sich der Fokus des Straßenbaus auf den Nutzen, den diese Straße bringt, richten würde. Wenn der Bau einer Straße in den Augen eines Unternehmers mehr Nutzen bringt als Kosten verursacht, dann wird sie gebaut. Alles andere wäre Verschwendung. Private Unternehmen haben darüber hinaus einen direkten finanziellen Anreiz, die Kosten für den Bau zu senken und die Qualität der Straßen zu steigern, damit sie mehr Aufträge bekommen und bei gleichem Preis mehr Profit erhalten. Wenn sie es schaffen, eine Straße billiger zu bauen, dann können sie davon direkt finanziell profitieren. Auch wenn ein Unternehmen es schafft, Baustellen schneller zu verlenden, kann durch die Straße mehr Verkehr fließen, womit man auch mehr Geld vom Geldgeber verlangen könnte. Mit nicht mehr endenden Baustellen wäre es also vorbei. Spieltheoretische Probleme in einer Marktwirtschaft können gelöst werden, weil die Lösung einen direkten finanziellen Vorteil bedeutet. Man hat dabei sowohl die Möglichkeit, eine technische Lösung zu finden, als auch die Option, ein anderes Spiel zu spielen, in dem das gewünschte Gut als notwendiges Nebenprodukt auftritt. Sobald irgendjemand in einer Marktwirtschaft der Meinung ist, er hätte ein solches Problem gefunden und auch eine Lösung dafür parat, kann er sich das notwendige Kapital besorgen und seine Idee in die Tat umsetzen. Wenn seine Idee funktioniert, dann bekommt er dafür Geld. Auch beim Staat treten spieltheoretische Probleme auf. So ist es für den einzelnen Wähler überaus irrational, die Zeit aufzuwenden, sich über die komplexen Sachverhalte zu informieren, welche erkennen lassen, welche Politik gute Politik ist und welche Partei diese am nächsten kommt. Denn was würde das ändern? Die eigene Stimme macht quasi nichts am finalen Ergebnis aus. Die Frage nach Straßen ohne Staat ist beantwortet. Nun kann sich ein Staatsfreund gerne an dieser Fragestellung abrackern. Wir hoffen, ihr konntet von diesem Video etwas lernen und wenn ja, abonniert den Kanal. Wenn ihr uns in unserer Arbeit finanziell unterstützen wollt, könnt ihr euch gerne mal im NCAP Store nach Merch umschauen. Ihr könnt auch selber an der Produktion von Videos wie diesem hier teilnehmen, ob bei Skript, Audio oder Schnitt. Kommt dafür gerne in unseren Discord und meldet euch. Schaut da auch gerne mal rein, wenn ihr einfach nur Fragen an uns habt. Die Links dafür findet ihr in der Videobeschreibung.